Du hast bestimmt schon einmal von dem Wort Globalisierung gehört. Was die Globalisierung ist und was sie für Chancen und Gefahren birgt, erfährst du in diesem Video. In der Wirtschaft beschreibt die Globalisierung den fortlaufenden Prozess der zunehmenden Vernetzung und wechselseitigen Abhängigkeit von Ländern und Märkten. Hierzu tragen neben der Industrialisierung vor allem die verbesserte Kommunikation, nicht zuletzt durch die Digitalisierung bedingt, vereinfachte Transportmöglichkeiten über Land, Wasser und Luft und der erleichterte grenzüberschreitende Handel bedingt durch politische Zusammenschlüsse wie die Europäische Union und ausgehandelte Freihandelsabkommen, die Handelsbarrieren und Zölle reduzieren, bei. Das Ganze jetzt noch einmal an einem Beispiel verdeutlicht. Bevor es eine ausgebaute Infrastruktur gab, welche den Transport von Waren ermöglichte, hat es sich für die Kleidungskette ABC-Kleidung nicht gelohnt, Waren aus fairen Ländern zu importieren. Der Transport und die Handelsbeschränkungen hätten Waren nicht nur teurer gemacht, sondern auch lange Lieferzeiten nach sich gezogen. Heute wird der Prozess des Importierens aufgrund einer zunehmenden Vernetzung erleichtert. Länder haben Handelsabkommen miteinander geschlossen, die einen einfachen Handel ohne hohe Zölle oder Warenbeschränkungen ermöglichen. Nun kann die Bekleidungskette Waren in Länder herstellen, die bessere Standortfaktoren, darunter beispielsweise ein geringes Lohnniveau, mehr Ressourcen, geringe Mietkosten und so weiter haben. Die Kleidungsstücke können nun aus dem Land importiert werden und auf dem deutschen Markt günstiger angeboten werden. Du siehst also, dass mit einer zunehmenden internationalen Vernetzung auf digitaler Ebene und mit dem Ausbau der Infrastruktur eine zunehmende Globalisierung einhergeht. Doch hat eine solche Globalisierung neben zahlreichen Vorteilen auch Nachteile. Anhand des Ausgangsbeispiels der Bekleidungskette kann das erläutert werden. Beginnen wir zunächst mit den Vorteilen. Eine zunehmende Globalisierung sorgt dafür, dass Unternehmen einen Zugang zu neuen Märkten weltweit haben. Unser Laden ABC-Kleidung hat nun nicht nur die Möglichkeit, in anderen Ländern zu produzieren, sondern auch Waren ins Ausland zu verkaufen. So erhöht sich das Potenzial für höhere Umsätze. Des Weiteren kann die Effizienz gesteigert und somit die Kosten gesenkt werden. Durch die Verlagerung der Produktion von ABC-Kleidung ins Ausland können Standortfaktoren wie Arbeitskräfte und lockere Vorschriften genutzt werden. Die Globalisierung vereinfacht ebenfalls den Austausch von Innovation und Wissen zwischen den Ländern. Mit einer internationalen Zusammenarbeit und über das Internet können Technologien oder wissenschaftliche Erkenntnisse schneller verbreitet werden. Ein solcher Austausch kann durch Forschungsprojekte mit verschiedenen Ländern, Kooperation von Unternehmen oder die Fachkräftemigration geschehen. Oder noch ein weiteres Beispiel. Durch dieses Video wird das Wissen der Globalisierung mit dem Internet geteilt. Auch hier macht sich der Effekt der Globalisierung bemerkbar. Zuschauer können aus verschiedenen deutschsprachigen Ländern zu diesem Video kommen. Gleichzeitig erhöht die Globalisierung mit einem zunehmenden globalen Wettbewerb den Druck für Innovation und für Effizienz, sei es in der Produktion oder in der Qualität. Monopolstellungen auf dem nationalen Markt können so verhindert werden. Durch den Handel können Länder auf Ressourcen zugreifen, die in ihrer Region begrenzt sind. ABC-Kleidung kann Baumwolle für ihre T-Shirts nun aus China beziehen und gleichzeitig hier produzieren. So können sich Länder auf Branchen spezialisieren. Zuletzt profitieren natürlich wir, die Verbraucher, von der zunehmenden Produktauswahl und den damit verbundenen niedrigen Preisen. Doch so schön die Vorteile auch klingen, hängen mit einer zunehmenden Globalisierung auch negative Folgen aus wirtschaftlicher Sicht zusammen. Einer hiervon ist, dass nun, wo ABC-Kleidung ihre Produkte im Ausland produziert, Arbeitskräfte in Deutschland verloren gehen. Bei den ausländischen Arbeitskräften kann es zu einer Ausbeutung kommen. In dem Race to the Bottom werden Arbeitsbedingungen und Lohnkosten im Zusammenhang mit immer niedrigeren Preisen vernachlässigt. Beruht eine Wirtschaft stark auf Exporten, kann eine Veränderung auf dem internationalen Markt bezüglich der Nachfrage zu einer wirtschaftlichen Krise führen. Des Weiteren kann der Wettbewerb mit internationalen Unternehmen, lokale Unternehmen, darunter vor allem kleine und mittlere Unternehmen, vor zunehmenden Herausforderungen beispielsweise bezüglich des Preisdrucks stellen und somit auch verdrängen. Zu guter Letzt bleibt die Frage der Nachhaltigkeit. Eine zunehmende Globalisierung von Produktionsprozessen führt zu einem hohen Verbrauch an fossilen Brennstoffen, der wiederum Luftverschmutzung, Treibhausgasemissionen und andere Umweltauswirkungen verursacht. Neben den positiven und negativen Effekten für die Wirtschaft beeinflusst die Globalisierung auch die Politik. Zunächst sei gesagt, dass eine wirtschaftliche Verflechtung die Wahrscheinlichkeit von Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen verringert. Ganz nach der Idee, wer miteinander handelt, der führt keinen Krieg. Sollte es dann jedoch zu einem Konflikt kommen, wie zuletzt bei Russland gesehen, besteht die Gefahr, dass sich eine Volkswirtschaft zu wenig diversifiziert bezüglich eines essentiellen Rohstoffs aufgestellt hat. Politische Spannungen oder Handelskonflikte zwischen Ländern können dazu führen, dass Handelspartner ihre Märkte schließen oder Importzölle erheben, was direkte Auswirkungen auf eine exportabhängige Wirtschaft hätte. So können besonders abhängige Länder gezwungen sein, bestimmte wirtschaftliche oder politische Entscheidungen zu treffen, um die Beziehung zu ihren Handelspartnern aufrechtzuerhalten, selbst wenn diese Entscheidungen nicht unbedingt im Interesse des Staates liegen. Ein weiterer politischer Punkt, der für eine zunehmende Globalisierung spricht, ist die Lösung von internationalen Problemen. Einige Probleme wie der Klimawandel, Terrorismus und Pandemien erfordern gemeinsame Anstrengungen und Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg. Ein Beispiel. Deutschland ist für 1,82% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Stand 2021. Selbst wenn Deutschland von heute auf morgen verschwinden würde, bleiben also noch über 98% der CO2-Emissionen. Es bedarf also internationale Kooperationen und Wissens- sowie Technologieaustausch, um solche Probleme lösen zu können. Gleichzeitig ist eine zunehmende Vernetzung beispielsweise durch die Europäische Union immer mit einem Verlust nationaler Souveränitäten verbunden. Mit dem gemeinsamen Besitzstand der Europäischen Union, hierzu habe ich auch nochmal ein Video gemacht, werden bei dem Beitritt eine Reihe von Gesetzen und Richtlinien übernommen, dessen Implementierung verpflichtend ist. Du weißt nun also, dass die Globalisierung den Prozess der zunehmenden Vernetzung und wechselseitigen Abhängigkeit von Ländern und Märkten bezeichnet. Hierbei kann es die Gefahr einer politischen Abhängigkeit geben, wie in der Vergangenheit mit russischem Gas gesehen. Gleichzeitig können Unternehmen jedoch günstiger produzieren und erhalten einen größeren Absatzmarkt. Ach so, und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, dann mache ich noch mehr davon.